Dr. Thilo Sarrazin, der ehemalige Finanzsenator und bekannte Buchautor des Buches Deutschland schafft sich ab, verfasst einen Gastbeitrag bei News und rechnet eiskalt mit der Migrationspolitik in Deutschland ab und stellt aber zugleich auch einen Vorschlag, einen Sechs-Punkte-Plan vor, wie gegen diese aktuelle Situation am sinnvollsten und sachlich vorgegangen werden muss. Moin zusammen, ich bin der Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen das hier in diesem Kommentar bei News ist das veröffentlicht worden im Zitat. Das muss jetzt geschehen. Sarrazin, Sechs-Punkte-Plan gegen diese gefährliche Migration. Und wir wissen ja um die Bilder, die gerade hier kursieren aus Berlin, aus verschiedenen anderen großen Städten und natürlich in der Situation eigentlich, wo es ja passiert ist. Es ist wirklich unfassbar schrecklich, was hier passiert. Und man muss diesen Elefanten im Raum endlich auch öffentlich ansprechen und auch ansprechen dürfen, ohne dass man in eine gewisse Ecke gedrängt wird. Und das wird ja seit Jahren gemacht. Aber wir gehen mal der Reihe nach vor, denn den Thilo Sarrazin, ich weiß nicht, ob den alle von euch kennen, wir gucken erst mal, er hat ja vor Jahren, es müsste so um die 2010, 2011 gewesen sein, es ist mittlerweile in der neuen Auflage erschienen, 2021er Auflage, das Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Oder war es schon 2007, 2008? Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall, dieses Buch hat sich ja bewahrheitet. Es hat sich ja offensichtlich bewahrheitet, was hier für Sachen geschildert wurden. 2010 steht es ja auch, haben eine weitere wichtige, richtige Debatte zu den drängenden gesellschaftlichen, politischen Fragen unserer Zeit in Gang gesetzt, heißt es hier. Jetzt in dieser Neuausgabe gibt es hier noch ein aktuelles Vorwort aus 2021. Ich glaube, das würde 2023 noch mal ein bisschen krasser ausfallen. Das Spannende dazu ist ja auch, was ist passiert mit dem Herrn Sarrazin. Er war der SPD, SPD-Finanzsenator in Berlin war er auch einige Jahre lang. Danach war er bei der Deutschen Bundesbank aktiv. Wir können uns seinen Lebenslauf hier auch noch mal kurz angucken. Also wirklich ein ganz, ganz spannendes. Hat promoviert, hat hier unter anderem VWL studiert, hier bei mir in der Uni Bonn und so weiter und so fort. Er war dann jahrelang auch in verschiedenen Positionen tätig, alles drum und dran. Also jemand, der wirklich Ahnung von der Materie auch hat und halt auch betroffen ist, weil er heute in Berlin auch tätig war. Und dementsprechend war er der SPD natürlich sehr, sehr lange ein wirklich starker Dorn im Auge und wurde aus der Partei auch ausgeschlossen. Aber jetzt zu seinen Vorschlägen und seinen Ideen, die er hier vorstellt, ganz exklusiv bei News in diesen sechs Punkten, wie die sogenannte Asylkrise von ihm genannt, gelöst werden könnte. Und dann sehen wir das Ganze nämlich hier weiter unten. Deutsche Politik greift zu kurz. Problemlösung dringend benötigt, sagt er hier. Er spricht auch darüber. Und das ist ja das, was gerade passiert. Es werden ja versucht, so kleinere Mini-Brände zu lösen, indem man sagt, ja, wir müssen jetzt da agieren, wir müssen jetzt da was machen. Aber es wird kein ganzheitliches Konzept irgendwie vorgestellt von der Politik. Das sind alles wieder so Wählerbeschwichtigungen, habe ich persönlich auch einfach das Gefühl. Aber wir gucken es uns an. Das Erste. Asylverfahren außerhalb Europas nennt er das. Es benötigt ausreichende Kapazitäten in Aufnahmelagern der UNHCR außerhalb Europas. Diese Kapazitäten müssen auskömmlich finanziert werden, heißt es ja. Zweiter Punkt. Transiträume und Verkürzungen von Isylverfahren auf vier bis sechs Wochen. Alle künftigen Verfahren werden in den Flüchtlingslagern bzw. speziell zu schaffenden Transiträumen durchgeführt. Die Verfahrensdauer wird auf vier bis sechs Wochen verkürzt. Gegen ergangene Bescheide kann nur beschränkt bzw. gar nicht in Berufung gegangen werden. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen in dem einen oder anderen Video. Dass das natürlich ausgenutzt wird, weil es in der aktuellen Situation, ich sag mal, anders gestaltet einfach ist. Gerade mit Berufung und ähnlichem ist das schon sehr krass, dass die Kandidaten dann auch im Ausland schon bei der deutschen Botschaft hingehen und versuchen, so einen Staat da durchzuführen. Und es ist schon krass, wie dieses System, welches wir über Jahre hinweg aufgebaut haben, muss man klar dazu sagen, besonders seit 2015, ausnutzen. Und das tun nicht alle, keine Frage. Und da sind auch viele bei, die wirklich Unterstützung und Hilfe gebrauchen. Aber man sieht natürlich auch sehr, sehr häufig einfach diese Bilder von jungen, starken Männern, die einfach nicht diese Unterstützung verdient haben, muss man wirklich klipp und klar sagen. Und wenn man sich das in Verbindung auch noch mit der Kriminalitätsrate anguckt, mit Messern etc., was mittlerweile passiert und wie die Presse dann auf der anderen Seite darüber berichtet, dann steht in der Zeile eines solchen Artikels nur noch, ja, ein Mann hat dies und jenes getan oder ähnliches. Und da wird nicht mehr wirklich auf den Täter eingegangen. Und das kann es auch nicht sein. Und dann heißt es hier, die Seegrenzen sind zu überwachen. Die Seegrenzen der EU müssen wirksam überwacht und alle aufgebrachten Boote mit Asylbewerbern und illegalen Anwanderern an Bord unverzüglich an den Ausgangspunkt ihrer Seereise verbracht werden. Ja, und das ist ja das, wofür die AfD seit Jahren schon am Plädieren ist, was aber immer wieder, ja, ich sag mal, verurteilt wird, weil es schlecht sein soll, weil das absolut nicht geht. Ich finde es ganz interessant. Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Vierter Punkt. Abgelehnte Bewerber ausnahmslos abschieben. Ausreisepflichtige Bewerber werden ausnahmslos in die Herkunftsländer abgeschoben. Dafür braucht es Abkommen mit den Herkunftsländern unter Umständen, muss dies aber auch gegen deren Willen und militärischem Schutz stattfinden. Und dazu habe ich dann noch diesen Artikel hier im Kopf gehabt von 2020. Ist jetzt knapp drei Jahre her. Und da waren es schon mindestens 187.000 Menschen in Deutschland, nur in Deutschland, die ausreisepflichtig sind. Und das wird ja, so meine Vermutung, jetzt heute natürlich nicht geringer sein. Im Gegenteil, eher mehr. Ja, dann weiterhin, nächster Punkt. Fünftens, kein Bargeld, nur noch Sachleistung. Asylbewerber erhalten Sachleistung statt Geldzahlung. Und diese Diskussion ist ja mittlerweile auch in dem Mainstream angekommen. Das wurde ja schon bereits 2018, vor fünf Jahren gefordert von der CSU, fordert Sachleistung statt Bargeld. Ist natürlich nie gekommen unter Merkel. Aber ganz aktuell vom 6. Oktober diesen Jahres, Grüne waren vor Bürokratieirrsinn bei Sachleistung für Asylbewerber. Denn die FDP hatte das wiederum ja wieder ins Gespräch gebracht jetzt. Aber dann heißt es von den Grünen, nee, das ist zu kompliziert. Hier, ne? Audrec hält die Umsetzung für viel zu kompliziert. Ja, okay, nee, wenn das zu kompliziert ist, dann lassen wir das. Wenn das zu viel Arbeit ist, dann lassen wir das. Dann zahlen wir halt weiter. Dann wird das System halt weiterhin ausgenutzt. Nur noch Kontingentflüchtlinge. Als Flüchtlinge werden ausschließlich Kontingentflüchtlinge aus europäischen Flüchtlingslagern aufgenommen, heißt es hier. Ja, und jetzt ein Resümee bezüglich der aktuellen Politik. Heißt es nämlich, die diskutierten Vorschläge greifen in der Sache zu kurz, was ich ja gerade schon geschildert hatte. Sie kurieren an Nebensächlichkeiten und Symptomen herum, lösen aber nicht das Problem. Diese Debatte erweckt in der Öffentlichkeit ständig neue Erwartungen, die dann ganz unvermeidlich enttäuscht werden. So ist die deutsche Politik gegenwärtig in einer Endlosschleife nicht erfüllte Erwartungen gefangen, die den Bürger weiter von der Politik entfremdet. Und gerade hier der letzte Absatz, weiter von der Politik entfremdet, ist doch das, was viele von uns einfach wirklich genau so empfinden. Dass nämlich die Politik sich einfach komplett anders verhält. Es wird ja, und das hatten wir gestern im Deutschlandtrend in einem Video gesehen, als größtes Problem, als größte Gefahr, als größte Sorge der Menschen in Deutschland, dieses Thema hier gesehen. Und trotzdessen steht das nicht auf oberster Agenda. Es wird immer wieder so ein bisschen außen vor gelassen, außen vor geschoben, weil du natürlich in eine gewisse Art und Weise in eine Ecke gedrängt wirst. Und ich denke hier gerne dran zurück. Guck mal, das hat sich ja auch über Jahre hinweg gezogen, das Parteiausschussverfahren von Herrn Sarrazin, weil er in diese Ecke gestellt wurde. Und 2021 ist das Ganze dann endgültig geworden. Und er hat dann aber selber gesagt, nö, ich verzichte auf die Berufung gegen diesen Parteiausschluss. Weil er selber gesagt hat, ja komm, was soll ich denn in dem Laden noch bei der SPD? Da fühle ich mich vielleicht sowieso nicht mehr beheimatet. Und das ist doch irgendwo nur nachvollziehbar, wenn du so quasi ein politisch Verfolgter bist. Das ist doch wirklich unfassbar. Aber jetzt bin ich gespannt, was haltet ihr von diesen Vorgehensweisen, von diesem 6-Punkte-Plan? Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid, schreibt es unten rein. Bis zum nächsten und ciao.